Aber du hast es gezeigt, wie es funktioniert. Ja, aber jetzt habe ich wieder verschwendet, Mann. Ja, mei. Voll passieren. Weißt du, ich glaube, wenn es Tag ist... Müssen wir Fleisch suchen. Ja, ich suche Fleisch und du holst mir ein Leben. Oh, okay. Ich will wieder die coole Steinzeitmusik wieder haben. Ich hatte gerade so richtig, richtig... einen richtig flotten Beat am Laufen. Da hinten sehe ich noch mehr Leben. Ja, da ist noch genug. Keine Ahnung. Siehst du hier irgendwo Obstbäume? Ich habe noch nie Obstbäume gesehen. Also ich weiß nicht, wie die auszunehmen. Ich auch nicht, aber ich weiß nicht, dass sie bis dahin alles aussehen. Oh, warte, wir haben noch Sticks. Wir müssen Fackeln machen gleich noch. Und ich weiß nicht. Ich weiß nicht, dass sie das nicht erinnern ist. Ich weiß nicht, dass sie das nicht erinnern ist. Oh, cool. Nice. Und dann lass ihn mir das nicht erinnern. Ich sehe es. Okay, ich brauche einen Pfeil. Verhungerst du gerade? Ja, ganz offensichtlich. Das nächste Mal hätte ich übrigens gerne mein Inventar zurück. Kriegst du jetzt eh gleich zurück. Stimmt. Oh, dein Morgenkraut. Ja, das ist schön. Phenomenal dachte ich, ich sehe eine Witch, aber meines Wissens noch gibt es sie hier. So, ich bin gleich tot. Ich habe noch 26 Leben. Und... 27. Und 28. 29. Und tot. Ich wollte dich gerade schlagen, aber... So, gehen wir mal fern. Hey, wir haben weiße Ulmen-Setzlinge. Ja, die sind von mir. Die habe ich auch zwei Baby-Zombies. Die sind eh alle auf mich getriggert. Heilige Muttergottes sind die schnell. Ah, drei Baby-Zombies. Die Pfadfinder sind da. Haha. Mess 1. Bist du Ever-Til-Wanders zugelaufen? Ok, nein. Wo der Baby-Zombie geht? Ich weiß nicht. Ich halte mich mit den großen Zombies gar nicht mehr auf, sondern nur die kleinen. Weil die großen brennen dann eh. Die kleinen nicht? Die kleinen brennen. Das ist ja das Ding, das Arge bei den Baby-Zombies. Die brennen ja nicht mal in der Sonne. Wo sind die? Also... Zwei sind tot, der eine kommt hier gerade. Ich sehe ihn. Ich habe ja Javelin im Anschlag. Mein Speer. Guten Morgen. Ich höre einen... Ich höre einen Hahn. Wo bin ich? Dabei rennt ja gar kein Hahn in die Gegend, man. Dann... Habe ich gewischt. Nice shot me. Danke. Diese Hahn müssen irgendwo sein, sonst werde ich nicht schrieen. Ok. Warte, ich gebe dir mal... Ich teile dir das Inventar in zwei Helfen, ne? Ja. Mach nur den Feiererau. So, hier hast du Holz. Und den Firestarter hätte ich bitte geile. Habe ich dir gegeben. Ok, dann kann ich das gleich brennen nämlich. Kannst du mal... Kann man das hier wieder abreißen eigentlich? Natürlich. Oh, wunderbar. Mach mit Hand. Mach mit Hand. Ok, ja. Ich suche jetzt mal nach Essen. Hoffe, dass ich was finde. Ich brauche einen Stick. Du hast mir keinen Sticks gegeben. Danke. Oh. I'm sorry, mate. Hier hast du Sticks. Ok. Bubu. Was hast du gesagt? Bubu. 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 Ich sehe da hinten was. Kupfer. Oh, Kupfer. Dude. Ich habe Kürbissamen gefunden. Oder Kürbiskerne. Das ist sehr toll. Du bist kein Held. in der Oberflächenschlucht. Mein Freund. Heute kommt was Gutes auf den Tisch. Oh, was denn? Lass dich überraschen. Ich glaube, ich werde in Postproduktion ein bisschen Musik hinterlegen, die passt an den Stellen, wo keine Musik bleibt. Ich glaube, das ist eine tolle Idee. Hier sind richtig schöne, so ein richtig, ich meine, das ist ein bisschen langweilig aussehen, ja, aber es ist aber auch irgendwie sehr schön. ÖB. ÖÖN. Äh, sorry, da war ganz ein Frames. Ich kann nichts sprechen. Ein Frames gibt drin. Ich hab auch Kürbisse selbst gefunden. Das ist auch toll. Was? Okay, weiter gehe ich jetzt nicht bis hier. Ich komme zurück, weil ich habe Essen. So brennt das nicht. Was habe ich getan? Hast du mittlerweile die Pottery gemacht? Pottery? Will ich, aber das brennt nicht. Ich kann nur den Holzlock wieder rausziehen. Plock. Entgleitet wird der Firestarter. Was ist denn Firestarter? Wer wolle ein Firestarter sein? So, das tut mir jetzt leid, da ist mir Terra Firma Craft abgeschmiert. Das war ein unvorhergesehenes Problem. Ich schlage Hühner mit einem Spaten. Ein paar Probleme habe ich mit Terra Firma Craft auf dem Computer. Ich weiß aber nicht, wie ich das fixen kann. Das schmiert alle Brot mal ab. Das ist nicht gut. Nein, ich weiß, dass es nicht gut ist, aber man kann damit leben. Ganz sicher. Gott, ich bin einfach Hunger. Sorgt dafür, dass es das... Oh ja. Ach man, wenn ich jetzt sterbe, obwohl ich das Essen dabei habe, dann bin ich aber giftig. Was glaube ich dir? Bin ich überhaupt in die richtige Richtung gegangen? Das weiß ich nicht. Ich glaube, ich habe mich verjährt, Patrick. Oh, wirklich? Ja. Wieso? Oh, ich habe es raus, ich bin einfach vorbeigelaufen. Aber das heißt nur, dass ich... ...lein inzwischen uns erschluckt, oder? Ja. Du bist tot. Schwöre? Da bist du wieder. Oh, du bist tot. Oh, da ist ein Neuer. Ich bin jetzt ein anderer. Ich schaue jetzt mal nicht. Find to art in a nutshell. I told you, Sniper was a good job. Ich habe ja in letzter Zeit exzessiv Team Fortress 2, also TF2 gespielt. Und ja, ich genieße jede Sekunde davon sehen. Und lasse es auch gerne alle meine Mitmenschen wissen. Solche irgendwo war das. Ja, okay. Ja, ist Gott sei Dank auch nichts in die Schlucht gefallen. Glaube ich. Ja, okay, kann ich mal Fleisch heimbringen, das wäre toll. Ja. Und Kürbiskernsamen. Ja. Kürbis-Samenkerne. Äh, ja. Ego, ich war Hunger. Oh, Buhu. Keine Angst, mein Freund. Ich habe, was du benötigst. Hast du nicht, Kau. Und ich habe ein kleines Stück 10 Stein gefunden. Ah, so viele coole Items. So, ich habe, ich habe das Zeug reingegeben. Aber irgendwie, irgendwie, irgendwie brennt die, brennt der Ofen nicht. Obwohl ich ihn... Ja, musst du anfeuern wieder. Go, Oofen, go. Go, Oofen, go. Ach so, brauche ich... Ach, brauche ich wieder Sticks, Mann. Das ist das Schwänz. Nein, nein, nein. Du musst Logs reinlegen und mit dem Firestarter einmal anklicken. Cheers, mate. Okay, ja, das Zeug, das Zeug, der Ofen läuft. Mein Jung. Oh. Bist fertig, komm, nächstes. Nimm es, nimm es. Ja, habe ich, habe ich. Okay, danke. Das ist aber nicht viel. Das hat nur 44, äh... Ich habe noch ein paar. Ich meine, ja. Aber ich bin satt. Das ist toll. Irgendwie ist meine Ace-Animation verpackt. Ja, von mir auch. Aber nur auf Serbe, irgendwie. Ja. Lol, GG. Well played. So, auf jeden Fall. Wir haben keinen Hunger mehr. Eine Kiste wäre ganz toll. Und eine Tür. Ja, dafür haben wir gleich die Ton-Wessel nachher. Ich finde das voll cool, dass das jetzt mit dem Ton gleich funktioniert. Ja, wirklich. Ach, die kann man übrigens, glaube ich, kombinieren, wenn sich das von der Größe her ausgeht, ne? Von den... Die. Von den OCs? Kriegst du? Ja, wirklich. Habe ich ja probiert. Funktioniert. Ey, voll cool. So. Was ist das nächste? Ich nehme auf Science. Also, ich muss dazu sagen, ich habe jetzt nebenbei immer so ein bisschen das Wiki offen. Es geht nicht ohne Wiki, weil... Noch nicht, noch nicht. Ja, nein, aber allgemein, Terra Firma Craft beginnt ohne Wiki, wie willst du das hinbringen? Oh, viel Spaß. Weil du weißt zum Beispiel nicht, wie willst du wissen, dass du einen Feierstarter machst oder wie du deine Schaufel craftest, ne? Ja. So, mein Hühnchen hat, äh, 109 Prozent. Ich habe irgendwas so 56 oder so. Okay, also wir können ja gemeinsam gleich mal Hühnchen naschen. Es ist auch so, dass Früchte, äh, nicht Früchte, aber allgemein Nahrung verdirbt, es sei denn, man lagert sie kühl. Äh, Food Preparation ist es da vielleicht. Ich gucke halt, wie man Bowls machen kann. Ich laufe noch, ich laufe wieder ein bisschen durch die Gegend, ne? Okay. Das sieht mir hier drüben nach einem Ozean aus. Okay. Dude, ich habe Karotten gefunden. Nice. Und Karottensamen. Also, jetzt ist es, nein, ich hatte es mal. Also, wir haben, ich kann, wir können dann schon mal anfangen, eine Hole zu bauen, wie ich sage, oder? Ja. Okay, ich brauche Steine. Ich habe sogar vier Karottensamen. Wow, hast du den Berg da hinten schon gesehen? Ja, ziemlich sicher nicht. Okay, dann musst du dir das am Morgen anschauen. Bego, ich habe eine Hole für dich, wenn du es brauchst. Ich brauche eine Säge. Die kommt noch. Apropos Säge, ich habe dir meine Axt gegeben. Ja, ich habe dir meine Axt gegeben. Hau, hau, hau. Ich hätte mich gerade fast in einem Holzblock suffocated. Hat es funktioniert? Ja, ja, ich kann es gerade nicht, ich kann es nur gerade nicht aufheben, warte kurz. Shift, rechts, klick. Habe ich probiert, ist nicht gegangen. Ein Keramikgefäß. Kann ich es mit Wasser auffüllen? Ja, Shift, rechts, geht bei mir nicht. Wie kann ich es mit Wasser auffüllen? Zum Wasser gehen, das weiß ich gerade nicht. Nee, ich glaube mal, das ist vielleicht doch nur was anderes. Kann ich da alles Mögliche reinlegen oder nicht? Okay, in das Keramikgefäß habe ich meine Samen reingetan. Oh, nein, Mann, ey. Was denn? Unruh. Achso, in die Jugs kannst du mit Wasser auffüllen, nicht die Vessels. Hast du Jugs gemacht? Habe ich, zwei, natürlich. Wunderbar. Ich habe Fackeln, warum mache ich ihn? Oh, Yuma Hero mit. Lass uns anstoßen. Warte, ich muss erstmal noch eine Säge machen. Also eine Säge. Ein Ding für die Säge. Okay, ich hole aber noch Bäume. Okay, Saw Mode habe ich jetzt schon mal. Was brauchen wir sonst für Tools noch? Eine Spitzhacke vielleicht? Okay. Und jetzt habe ich keinen Clay mehr. Und keine Waffen. Ich war fast fertig mit dem Scheißbaum. Scheiß Zombie. Was für ein Scheiß-Pesch. Hast du die Säge? Ich habe die Mold für die Säge. Wir können ja keine Steinsäge machen, leider. Weißt du, wie viel du da von dem Metall-Ding brauchst? Lass mich mal wickigen. Metal-Working-Guide. Heavy Metal-Working-Guide. Die Säge braucht man nämlich, um aus den Locks Holzbretter herzustellen. Und wir alle wissen, wofür man Holzbretter braucht. Und wir alle wissen, wie viel du da von dem Metall-Working-Guide verwendet ist. Und wir alle wissen, wie viel du da von dem Metall-Working-Guide verwendet ist.